Die Menschen sind hier in der Kirche, die sie hier sind, die sie hier sind. Die Kirche ist hier, die ich nicht weiß, aber die Kirche ist hier. Sie verstehen sich, was ich sage, aber es ist genug. Die Kirche ist hier. Ich gehe hier noch sagen, die letzte Mischner von der Kirche von der Kirche. Der Mischte sagt, Getrunken, Tomatik, Maschkois und er hat gegangen in den Mikvuertöfeln sein. Ideale Sachen, da gab es ewig teuer durch die Mikvuertöfeln, aber der Maschkois und die Markovas und die Beuchnoten, das bleibt das Helbegetöme. Verwurz man nicht in dem Tötenbeguf. Die Eichhlein und Maschke haben nicht beteiligt durch die Mikvuertöfeln. Die Eichhlein und Maschkois, die Eichhlein und Maschkois haben nicht in dem Tötenbegufel. Wasser, die Wasser sind in der Tötenbegufel, aber als er geht zum Tötenbegufel wird das Wasser öhre teuer. Das ist ein Chidisch, als er gab, als was man essen nicht. Aber Wasser, als eben wird das Wasser zu den Menschen, oder zu dem Wasser der Mikvuertöfeln, bei mir wird das koschen. Jetzt geht der dritte Sinn. Bola Tabas, der Eichhlein und Maschkois, der Eichhlein und Maschkois geschlungen in der Eichhlein und Maschkois geschlungen in der Eichhlein und Maschkois geschlungen in der Eichhlein. Die Eichhlein und Maschkois. Ja, bitte, woher ich? Ja, toll, ey. Ist der Gama, die Atabas, nun mal, da hat er jetzt viel, was er gewann, er soll ja, mit alles anders, nach Zabak, und Thomas Meis, sagt er, wo er Atabas, der Meier, Tebel, der Eichel, der Trumme, ist er, der dort, gett, geschlungen, heisst das, in die selbe Sache, also bleibt, der Trumme auf der Ruf, und nur dem sagt er, also selbe Sache auf Zirik, als, oi, bei der gewöhnlichen Atchila, Tommeldecke, sagt, ich sagt, eine Gersentrumme, und er hat es euch gespielt, Tummei, oder Tummei. Okay, mein Bekirze ist, als er rechtlich drei Sachen, erstens, Baskoi, zu heilen, also geht er, mich wird nicht helfen, aber geht, trinkt Wasser, wird es hier helfen, und Tabak sagt, er wird euch nicht helfen. Jetzt, die dritte Sache, kreische, toche, bodem, ein Mensch, geht, ein Mikro, und siegur, ein Doren, ein Form, in Hand, und der Schei, ist, sie werden einfach, ich schizze, bis manche, die Räume, sind, dem Doren, den Form, sind, nicht reingegangen, nicht eingeschlagen, da haben, die damals, ich schizze, wir, in einem, 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 bitte, muss ich, das ist, der Ende, der Mischa, ich sage, nur ein Wort, man darf, schellen sich auf den Ruf, also, ich habe, die Schei, auf der Mischa, weil, beim, es ging, zu viel, Lombes, kann man da nicht sagen, aber, ich habe, das, 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 wir bringen, auf, bringen, die Schei, le, jetzt, um, später, fünf, rein, weil, ich will, der ganze, mischa, fünf, rein, auf, wie, wie, man sagt, auf, ich sieht es, das, das, den, 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 Ein Ding für Zitzel geht noch ein Menschchen. Im Mail war das nicht in den Mishter, das ist ein Schaif, es freig auf dem Mishter, aber versteht sich, wenn es nicht generell in einem von den Jetz, weil wir gesagt haben, hier im Kotze. Jetzt habe ich oben dem Hadun, ich habe... dem Hadun. Begegmaru. L'chaim, L'chaim, R'chaim. Als dem... wo es mit Reihen auf den Mischenen von Mikväus, die drei Union aus dem Projekt von Zitzel, bemühe de Gelegenheit in Hilchers Mikväus, bin ich erlebe das, was der Römer erschaffen ist. Und das ist eine große Herausforderung, die sich in den Schrauben und die 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 Schrauben. auf dem ganzen Heirau, wir, die ganze Sache, was wir machen, die alle meisten Skizbavonen, aber wir sollen nicht kommen zu tun mit Schuven. Die ganze Heftung von der Rebbe Rashaab, eine von der Sachen ist, also sind auch geteilt die Geschämmen von Schuven, die Meila, das ist nicht so, dass sie von mir sind. Aber so, wie kann der Rebbe geben Heirau, aber wir sollen sich hatchillen, was wir es gut furchtet, soll sich reingessen hatchillen in der Hashoker. Das bleibt also gut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Das ist ein Kaddish. Im MC? Ich hab ein Yard-Zag. Ich hab ein Yard-Zag. Amin. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht allen. Gute Nacht. Gute Nacht. Amin. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Das war der Belein. Und er kam von dem Rebbe Rasha, das erneut den Wasser und das Wasser nicht mit dem Waffen und den Gshomim zusammen und so bleiben. Das ist so, dass die Belein die Waffen die in der Beste Zeit ist. Die Belein unterteilt das auf der Maske Zeit. Ein Metzler hat dem Rebbe gefragt, Ich weiß nicht, ob ich es immer gesagt habe, dass das Wasser ist, aber dann beginnt das Wasser, die Schuhe, das heißt, das städtische Wasser, die Schuhe, die ist mir so begonnen, direkt auf die Haschocker von der Schuhe, weil wir uns ein bisschen sehen. Aber während dem ein покуп ihnen 카 hears, im Geistesuk Doesnke say, direkt auf der Schuhe, die Schuhe, die Schuhe Das war's für heute. Es ist eine andere Gottämpferin, als ein Afgheminer vom Reddorfweg in Haschokka zum Reddorfweg in Syrien. Das ist schwer zu machen, dass jede Sache hoch ist, ja? Das heißt, Abishas hat sie dort einlernen Zweiten in Haschokka. Die Mähler wird nicht wie eine Sache. Was schenken die Gießewasser, die Schuwen, direkt in die Schommel, wird sie wie eine Sache. Aber ich höre das nicht, ich glaube, das wollen wir rausbringen. Was? Leute im Reivit schüttet, nicht doch im Betflussach, okay? Also ich komme da jetzt, ich komme da für Reivit, ja? Ich komme da für Reivit, weil sie bleibt nicht schüttet, weil sie kein Nischbottel werden. Sie werden nicht... Die Doss halten auch in der Schöne, aber sie arrive, die Tag, hat sie schüttet, bleibt schüttet, no matter what. Gendek, die Mähler kommt mit der Zeit, wird alles schüttet, und sie bleibt noch schüttet. Okay, wir gehen jetzt ein weiter. Okay, wir gehen jetzt ein weiter. Jetzt will ich öffnen auf dem Kaschen. Ihr öffnet den Kaschen. Ihr hofft, dass ihr das versteht, haben wir nicht, haben wir nicht in Brede. Ihr hofft die Sache noch sein. Wir haben eine Sache, die Sache heißt, die Sache heißt, die Vriermes. Jetzt können wir hier ein Stückchenmeißen von dem, okay? Aber können wir nicht gerne machen. Die Sache, die Vriermes, ist bei mir verlegt. Ich habe es nicht genutzt, ich habe es gar nicht vergessen. Die Sache war ein bisschen jahrelang für mein Schwer, aber wir schauen. Es ist eine gute Gelegenheit, dass sie getroffen mit dem Reben. Frag mich, wie er sei. Und der Reben mich gefragt, zu haben sie für immer in den Ämnis. Ich weiß es meistens, aber die nächste Woche, ich habe vergessen, dass ich habe. Er fragte mich das zweite Mal, was ich verstanden habe, das dritte Mal. Ich habe gemeint, als er will, ich soll schaffen, die Sache für sie haben. Das habe ich gesagt, ich habe den Schlüssel für die Sifariah. Und der Reben mich nicht mehr geredet, und er hat gerettet und andere Sachen. Ich gehe nicht rein, muss ich gewöhnen, die Gelegenheit. Anyway, habe ich schon jungen Jahre, das sind die meisten geschehen. Die Sifariah liegt bei mir, in einem Ort, wo ich nicht mehr gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, das Schüfariah irendet масс eyes, ich habe nicht gesehen. Ihr gemennt, was einiefnes Scheiber. Aber noch haben, wenn es ein gemeinsames dismissal am besten ist, ich habe mir versucht, ich suche auf mich, ich~? ich teste aufส exporting ganz seien. Aber warum mach mich nicht gering mit sich, es geht nicht so scream, es geht nicht so rein, dass ich mit dem Rom Muslimin Das war am Schluss. Them 게 Eleven vários Abend auf den gehört, das ist er hilflich, weil es ein Problem ist. Die Sifariah gibt, ich habe dich mit Use in. Das war das Problem zu zeigen, ich konnte sch任eln, geht sehen. Es geht nicht so他說, Aber wir haben keinen Problem, wir haben keinen Problem. Ich habe es gemacht, und ich habe es gemacht, und ich habe es gemacht. Aber ich kann nicht gewinnen, wer soll retten wegen das? Ich habe ein Zeichen gefordert. Gefordert von dem Bavuste, mit dem Bovem und Rebbe, das sagt man mal, der Zeichen. So, Ismael, er gibt einen Kuch in dem Sefer, und er hat einen Garten, ein sehr interessanter Mensch beklagt, und er sagt dort, dass wir in dem Sefer in dem Sefer, Imre, Dibri Emes, Dibri Emes gibt es einen Schab. Das ist schon 20 Jahre alt, ich habe nicht toll mit ihm, ja, ich habe sich jetzt gehabt, ich habe mir gesagt, Jörgen, ich schreien die ganze Meister, Dibri Emes, ich habe nicht gewusst, was ich habe, ich habe mich gesagt, ich habe mich gesagt, ich habe mich gerne suchen, Dibri Emes, ich habe mich gerne suchen, Dibri Emes, 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 ich habe mich gesagt, Dibri Emes, ich habe mich sehr glücklich, ich habe mich gesagt, ich habe mich gesagt, er ist weg mit dem Sefer, und der Sefer, das ist es zu sagen, Interessante Sache. Ich gehe gucken, und ich gehe selber kurz. Und wir reden wegen der Meise, wegen dem Mischstag, der Wasserschuhe mit mir. Punkt, die Sache, was ich habe von der Rebbe. Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht wegen das. Oh, Boah, Hashem. Jetzt verstehe ich, der Rebbe, ich habe gesagt, die Frage, das Seife, was ich gemacht habe, nicht benimmt, so. Der Rebbe hat ja gewusst von dem. Und ich habe gar nicht gewusst von dem. Ich habe nicht gewusst von dem. Anyway, ich habe nicht gewusst von dem. Und da, dem Seife, dass ich da vom, der Schiedot so mit dem Namen, wake up, die Seife ist bei dir. Ich habe nicht dem Seife. Anyway, ich habe nicht gewusst von dem Seife. Ja, ich habe nur, ich habe gesagt, das ist sehr interessant, ich habe nicht gesprochen von der Lombus. Anyway, ich habe nicht gewusst von dem Seife. Es war eine interessante Sache. Und ich habe es nutzend mit dem, was die Kasche auf dem Rebbe, wo sie eigentlich reingegissen, die, die, die Schuwe, in die Schome. Die Doe hat den, also, wenn wir das nicht lachen, oder ich habe es, 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 also, die Schuwe, die Schuwe, die Schuwe, die Schuwe, Auf dem Dach kommt das Wasser. Auf dem Dach ist das Regenwasser. Das Regenwasser geht rein in die Zneuders, in die Pipes. Dann geht es in den Mikvern. Auf dem Dach ist das Schuvenwasser. Das ist Wasser von früher. Die Menschen haben gewaschen. Die Schuvenwasser und die Schuvenwasser gehen zusammen. Und sie gehen rein in den Mikvern. Die Schuvenwasser gehen nach dem Mera, die Schuven. Und damals kommen sie zusammen. Und sie gehen zur Hamshoche. Auf dem Po. Wir kommen bis runter. Die Schuvenwasser werden in den Kachobenshouten. Aber alle Hamshoche sind geschehen. Und sie werden nicht nur wieder in den Kachobenshouten. Aber sie werden nicht einmal in den Kachobenshouten. Die Schuvenwasser werden in der Kachobenshouten. der Diverr Ames Ressort der Zerwein der Zerwein der Zerwein der Zerwein die Zerwein immer noch ein Rauf von Gschau der Zerwein der Zerwein ist der Zerwein die Zerwein der Zerwein 40 so das von Gschau und die Zerwein sind Schau und da die Das heißt, dass alle Wasser, wenn es kommt am Schocher, haben wir 40 so, am Schocher Wasser, nur am Schocher Wasser ist mit der Teile des Kosches, aber auch wie der Kiddisch. Also viele haben Schuwen, am Schocher, das ist am Schocher mein, mit schlepptem Wasser, mit dem Wasser, mit dem Wasser. Und wenn es 40 so, am Schocher Wasser, dann sagt er, das ist Kosches, mit der Teile. Mach leckes. Mehlukum, hier ist es rein. Was ist da die ganze Tumel von der Gnälder-Schau mit den ganzen Scheinlern? Wegen was red der Raivind? Der Raivind red, wie schaß, als es beginnt Wasser, der was ist, wenn du hier noch offen redest. Aber der Raivind hat gesagt, wir sollen die Wasser, was kommt von der Stadt. Wegen was red der Raivind. Der Raivind redet, dass du nimmst eine Kehle mit Wasser und du gehst die Kehle mit den Schuwen in dem Loch, ist ein Problem. Das halb der Raivind, das ist oft gesorgt. Die Schuwen, wenn ich bollig wäre, wenn du das, weil du die Schuwen mit den Schuwen mit dem Wasser nimmst eine Kehle voll mit Wasser und du gehst die Kehle rein in den Mikveh, ist ein Problem. Die Chance hat, du gehst, nimm das Wasser für wieder mehr Wasser. Sie geht durch, und du sagst, durch die, genau, durch die, ich weiss, wo die Meile kommt der Raivind, kommt die Ruhe, die Ruhe, ich zeigte, ich zeigte, die Schuwen, welche dort. Und die Gäste rein, und die Wasser, die Gäste rein, in das, hast du nicht kein Problem, jetzt wird es riechen. Und die Gäste rein, die Gäste rein, die Gäste rein, die Gäste rein, die Schuwen, weil die Schuwen, die Böden, die Gäste rein, durch die Schuwen. Und die Meile kommt der Raivind, die Dermis verstanden, die ganze Meister, hast du nicht kein Kaschel bekladen. Die ganze Meister, sagst du, dass du ein Kaschel, wenn du ein Tennis, nur du hast den Tennis, aber das Tennis ist gut, nicht gut. Jetzt, du hast den Tennis, wenn du die Kaschel nicht. Die ganze Kaschel, goldig, wenn wir verstanden, die Eifung, und die Schuwen, die Dach, wie die Läber, hat das auch, ein Gäunische Kup, guck, also darf die Schuwen, die alle, die Gäste, das Baumeister, das Klo, und das ist ein Afteminer, die Liebe, kennt sein, die Wasser, was wir bekommen vom Staat, kennt sein, öchert, und gesagt, öchert sein, heißt, kennt euch ein Kaschel. Aber was, sagst du, wenn du mal anruf, und johlen zurück, vor allem meine Zeiten, was er hat gemacht, er hat gewohlt machen, soll kein Tennis sein, in der Barstow. In der Bord, in der Stutt, ja, aber es hat sich nicht gar nicht mehr von, aber ich wollte machen, am Zulkanen, auf dem Tennis sein, in der Bord, was er gar nicht mehr von. Wo es hat gewohlt, er hat gesagt, dass die Wasser, was kommt dort, von dem Kanal, sie weiter, nicht mehr Problem, dass wenn man dabei ist, ist, dann kommt ein paar Grisse Bord, ja, aber sie können, dann muss sie es, dann will ich es bringen, dass die Wasser, was mir, von dem Stutt, ist gut, da haben Schöcher, und mir, hat er gesagt, dass sie es nicht mehr von hier sind. In der Bord, die ganze Kach, was ich nicht mehr von hier sind. Das ist die ganze Kach, das ist das Riesbägen, die da ist der Kinnisch, wenn sie dort, also die Wasser, da hat, die Kach ist, der Rebbe, der Schaaf, dann noch mehr, haben sie auch bei den Wasser, einmal in die Jahrzeh, in zwei Jahre. Und das ist, es ist noch ein Khummer. Die anderen sagen, dass wir eine Khummer, weil er pideen, und es gibt, dass du haben Schöcher, Das war dann sov-kossov, kam sich in der Rufe, es war eine andere vier, also eine andere halbe Jahr, eine andere halbe Jahr, zwei Jahre, und wir beitragen, die Wasser mit dem Mikro. Okay, das ist vollkommen, und wir gehen sich alleine, also können wir in der Zeit tun, um zu sagen, im Raum ist die der Nässner Schmeier. Also, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, wir können noch ein paar Kaschus, aber es ist ein Pravater, es ist nicht gewonnen bei Hoke. Vielen Dank, Herr Hockens.